Hallo und herzlich willkommen zu dieser Woche in Bitcoin. Diese Woche steht ganz im Fokus der Mining-Industrie und wir haben zuletzt auch spannende Neuigkeiten aus der Wall-Street-Abteilung. Legen wir also gleich los. News Nummer 1 kommen aus Russland und die sind zweigeteilt. Es gab letzten Freitag einen Gesetzesentwurf, der nun auch bestätigt wurde, dass es nicht mehr illegal ist, Bitcoin oder andere Kryptowährungen zu minen. Bisher war dem der Fall. Da wurden Leute auch ziemlich arg bestraft. Aber neu ist es möglich für Einzelpersonen, juristische Personen, aber auch Unternehmen, sich bei einer Behörde zu registrieren, dass man diese Sachwerte meint und dass man das tut. Unternehmen müssen dann noch ein bisschen mehr Parameter einhalten, wie sie mit der Energie dort umgehen, aber im Wesentlichen muss man sich dort registrieren, darf dann minen und hat nun die Freiheit zu tun und machen, was man will, mit eigentlich Computern, die nur etwas ganz gut können und das ist einfach einen Hash erraten. Aber das sei mal am Rande bemerkt. Im selben Atemzug hat dann auch das russische Parlament einen zweiten Gesetzesentwurf verabschiedet, der erlaubt, dass internationale Zahlungen oder Handel oder zwischen zwei Parteien einen monetären Austausch in digitalen Sachwerten stattfinden darf, solange dies nicht den russischen Rubel gefährdet. Also die Zentralbank spielt da ein bisschen in die Karten. Nichtsdestotrotz scheint hier diese Angst, die in Russland immer existiert hat, man darf nicht meinen, man wird verhaftet, wenn man diese Sachwerte hält, etc. überwunden zu sein. Man gibt jetzt Gesetze dafür, was das für eine Auswirkung hat, ob dann Miner auch nach Russland gehen oder inwiefern man mit dem umgeht. Russland, was ja speziell sanktioniert ist von der westlichen Welt, also wie man da arbeiten würde, wäre interessant. Aber für jetzt dürfen russische Staatsbürger und Unternehmen Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte meinen oder sogar damit zahlen. Die zweiten News sind von Mara Digital Holding. Der börsennotierte Miner hat letzte Woche bereits verkündet, dass sie Schuldscheine ausschreiben werden. Im Englischen sind das Convertible Notes. Diese Notes oder diese Schuldscheine werden ausgeschrieben, um damit Kapital zu kriegen. Die Leute, die das Kapital geben, kriegen natürlich auch für diesen Schuldschein dann einen gewissen Zins, der dann wieder zurückbezahlt wird. Und mit diesem Kapital haben sie sich nun entschieden, 4.144 Bitcoin zu kaufen, um sie auf ihre Balance Sheet zu setzen. Sie haben bereits im Juli etwas gekauft und besitzen nun im Total 25.000 Bitcoin. Für Miner ist eigentlich die Strategie, Bitcoin als ein Treasury Reserve Asset, also aus Cash Reserve auf der Balance zu halten, einer der logischsten Schritte. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass das so lange ging. Wobei die Mining-Industrie auch ein enorm hartes Geschäft ist. Man hat sehr, sehr kleine Margen und man muss mit allem arbeiten, was man kann. Oft die Sachwerte, die man dann meint, auch verkaufen. Ist aber cool zu sehen, dass hier der börsennotierte Miner Mara vorangeht und dementsprechend jetzt auch Bitcoin hält. Und dann die letzten News kommen von der Wall Street und das sind so ein bisschen ein Mix. Einerseits haben wir bereits letzte Woche vermutet, diese Woche wurde es bestätigt, dass Morgan Stanley nun ihre Verkäufer aggressiv auf die Bitcoin-Spot-ETFs ansetzt. Da rechnet man damit, dass man bis zu 15.000 High-Network-Individuals und reiche Kunden angehen kann, um denen diese Produkte zu verkaufen. Sie sind vor allem auch investiert in den BlackRock-ETF und in den von Fidelity. Das ist jetzt diese Woche bereits passiert, also man treibt hier die Verkaufsmaschine an. Und auf der anderen Seite hat man herausgefunden, dass Goldman Sachs, die sonst eigentlich sehr Bitcoin-kritisch sind, fast 420 Millionen US-Dollar in diversen Spot-Bitcoin-ETFs halten und das so dementsprechend mitnehmen. Und dieser Trend geht sogar noch weiter, weil eine Veröffentlichung der National- und Zentralbanken Europas und für dieses Ereignis auch der ganzen Welt, aber wir fokussieren uns hier auf Europa, hat ergeben, dass die norwegische und die Schweizer Nationalbank Exposure zu Micro-Strategy-Aktien haben, also indirekt in Bitcoin investiert sind. Im Total sind das etwa 514 Bitcoin, Plus, Minus, je nachdem, wann natürlich die Schlüsse der Tage sind, könnte man noch mehr Aktien gekauft haben und muss dann einfach warten, bis diese Zahlen upgedatet sind. Aber beide Länder halten im Total so viel Bitcoin oder halt Micro-Strategy-Aktien, die dann umgerechnet so viel Bitcoin wert hätten. Also ist das der Beginn, dass hier auch nun Nationalbanken vorangehen und Zentralbanken uns sich Bitcoin oder dieses Ökosystem anschauen oder sind das einfach so diese Signale, die wir jetzt allgemein am Markt sehen, dass zum Beispiel eben Morgan Stanley beginnt zu verkaufen und dass sie da aktiv werden, dass Goldman Sachs auch ETF-Exposure hat, obwohl sie eigentlich gar nicht Bitcoin-Fans sind und dass sogar die Nationalbank irgendwie realisiert haben, naja, die Performance ist extrem gut und da sollten wir eigentlich auch mitmachen. Währenddem der Preis gedippt ist, haben übrigens auch die ETF-Aussteller nachgekauft und Leute, die die ETFs halten. Also die Signale sehen so aus, dass wirklich diese grossen Investoren langsam aber sicher Schritt für Schritt vorangehen und mehr in das Bitcoin-Ökosystem investieren. Und so, jetzt sind wir am Ende von dieser Woche in Bitcoin. Du kennst die Übung, hast du Fragen, Kommentare oder willst einfach Hallo sagen, hau es unten rein und ich sehe dich dann nächste Woche wieder.